einen wunderschönen guten tag youtube wir spielen heute mal was neues und zwar action mit mir dazu kommt einmal der rauchteam hallöchen und einmal der andere das muss jetzt nicht unbedingt sein wir sind mit folgenden schiffen aufgestartet damit mit dem basic cutter eigentlich das staatschiff kann nichts besonderes hat sechs kann wenn auch schon gleich geschossen der gegner ist hier bei wird hier wir werden halt jetzt versuchen zuerst mal mit ketten geschossen segel und mast zu zerstören mit der agilität verliert dann ist leichter für uns zu ändern und ein einfaches manöver um die nase zu brechen die spitze gott mal was viel seitenpanser verloren kurze erklärung oben links sie meine strukturpunkte von meinem schiff und meinen kleinen cutter die oberste balken ist für meine linke flanke der unterste für die rechte die rechts oben der kleine balken ist für die nase und links für das heck auf der rechten seite sieht ihr das gleiche bloß von dem gegner oder halt das schiff was ich gerade habe ja auch folgende informationen zum beispiel gerade 89 prozent siege hat er noch wir haben schon hat seine siege geschädigt durch löcher seine geschwindigkeit ein glaube ich muss noch mal leichtes sound hier überarbeiten so ist besser dann seht ihr auch forts das ist wie viele schüsse oder viele kanonen er nachgeladen hat er deutlich ausformuliert und dann die kuh wie viel mitglieder er noch auf seinem schiff wir haben nach folgende nation angeschlossen es gibt verschiedene fraktionen die briten sind natürlich dabei die spanier die franzosen die holländer die dänen und die schweden dänen und die schweden aber keine deutschen es ist kurdisch die deutschen waren in diesem zeitalter nicht wirklich in der kalibik zeitzone 15 jahrhundert irgendwie so im dreh 15 jahrhundert wäre ich schätzen und es spielt halt in der karibik hier auf rahmgeschwindigkeit unten links könnt ihr den kompass betrachten wie viel grad wo ich grad sege wenn wir nachher noch der offenen world sind könnt ihr auch sehen in welcher richtung ich sehe jetzt seht ihr halt nur grad anzahl und der pfeil ist nicht der norden sondern eher die windrichtung neben dem kompass könnt ihr dann meine kuh sehen wie gerade der aktuelle stand meiner sege ist und wie viel oder wie schnell ich grad unterwegs bin mit halbem segel voll segel bis slow battle geschwindigkeit dead slow also sehr lahm bis zu anhalten hast du seine nase abkündigt? nein dann versuche ich ihn jetzt mit dem zersammeln mein schiff ist schon echt reguliert ich bin die mehr am erklären anstatt hier grad rum zu schießen jetzt ein reparaturkit am besten das spiel ist early access kann man bei steam für 35 Euro glaube ich kaufen so aufgerundet abgerundet ich glaub 35 ich hab 36,99 mein war es aktuell bei dem spiel ist halt sehr geil dass es eine unglaublich hilfreiche community hat das ist nicht so wie bei lol oder anderen spielen wo ständig einer auf den sack geht sag ich mal ganz trocken war dann wirklich hilfreich wenn man fragen hat freundlich zukommt aber eben international gibt keinen deutschland server es gibt einen eu server pvp es gibt glaube ich momentan vier oder fünf vier ne zwei us server pvp und zwei eu server mit pvp und pvp genau dasselbe pvp und pvp wir sind momentan auf dem pvp server auf eu modus wechseln jetzt habe ich auf gunnery gesteilt äh gesteilt äh gesteilt und rechts könnt ihr das einmal betrachten neben der map vor der map eher gesagt da könnt ihr einmal repair da habe ich meine Apparaturauktionen die man immer durchführen kann einmal repair schiff sechs ist für besseres segeln dass die kuh sich auf das segeln konzentriert sieben mehr auf das schießen bedeutet schnelleres nachladen acht ist survival da werden die pumpen angeschmissen die löcher die rumpf sind gestopft und halt die reparaturen durchgeführt die ich hätte auch acht stellen müssen zu viel am reden so ich lade jetzt gleich um linke seite könnt ihr auch nochmal betrachten left ammo right also rechte seite munition front muni und weg das ist ich kann jetzt einstellen was jetzt die rechte seite schießen soll die linke front und hinten da ich aber vorne und hinten keine kanon besitze das spielen für mich nur links und rechts eine rolle mitte könnt ihr nachsehen wie die nachgeladen sind welche nachgeladen sind und wie viele katronik die die haben dann kommen wir jetzt wieder zu wo ich werde geändert ich werde geändert hilfe werde ich von von knoten rechts abdrehen habe ich schon bin weg bei so langsam zeit die crew runter zu schießen für die 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 noch nicht assassin's black flag oder irgendwas anderes mit piraten seeschlachten gespielt haben gespielt haben im 17 15 jahrhundert äh es gibt drei munitionsarten einmal die ganz normalen rundkugeln die dazu gebraucht werden um das schiff zu versenken halt rumpf lächelnd rumpf zu schießen dann gibt es die shane das sind kettengeschosse um die segeln oder den mast zu beschädigen und dann great das sind ganz das kann man sich vorstellen wie schrotmuni ist ja eigentlich auch schrotmuni ganz viele kleine kugeln die dann dafür da ist um die besatzung auszuschalten jo können wir eigentlich zum normalen gespräch so ich habe gleich nachgeladen ich musste mit links anreifen meine rechte seite neben rechts anreifen mit der linkseite schon fast zu stehen das schöne ist ja leute die 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 age of age of pirates kennen und finden sich hier sofort gut es ist fast genauso es sind halt noch ein paar feature ist halt noch early access mal gucken ob das damit eingeführt sind aber es ist schön in der age of pirates ist halt ein schönes spiel gewesen auch mit ganzen features hier auch mit open world plus halt ein schlechter grafik das spiel ist halt älter gewesen und so es ist open world pvp halt es gibt städte die erobert werden können von der jeweiligen fraktion ja dann habe ich natürlich zu entfernen gerade auch das hat gewerft ich finde das immer faszinierend mit den leuten die ich dann aufnehme also mit fremd teilweise zockerkollegen die es nicht gewöhnt sind irgendwie oder äh äh die zum ersten mal die zum ersten mal generell zum video dabei sind die vorhin nicht so aufgenommen haben die sind immer so still ja es ist schwer ich hab's nicht ich hab's nicht ich hab's nicht schön am erklären halt versuchen es ich mach's mir ein bisschen kompliziert ich erkläre es sogar kompliziert ich sehe wieder nichts alles zugenebelt schon wieder gegen den wind nein kam auch nicht nicht ich sollte mehr säge einkommen wieviel wieviel crew hat er noch 49 49 haben wir schon wieder fast die hälfte ich lass das schiff dann aber zu jetzt auseinander nehmen das ist doch sowieso schon eine private hier brauchst du denn noch eine ich hab für zwei sogar die eine wollte ich verkaufen ja auf dem markplatz rein stellen für für 20.000 das fast das zehnfache was ich dafür dann bekomme es gibt bestimmt ne ah nein gas geben fahr dazwischen dann kann er dich nicht entern ach das ist ja dann das ist nicht ah ah nein danke heldenhafte aktion ja heldenhaft mir ein loch in die seite rein zu fahren weißt du andere bomber wenn du nach links abdrehst wenn der gegen nein ich hab gestoppt ich mach gar nichts gar naja gegen gegen den wind war ja ne erstmal die lecks stopfen hier meine sind meine sind wir gestoppt meine auch äh dann wieder auf gana manche könnten äh kommt das bekannt von mit diese linien die assesses week gespielt haben da ist es auch so groß dass man halt anstatt diesen pfeil wo man dann genau prezise schießen konnte so einen roten strich hat der dir so circa es vorgibt ach ja es gibt auch noch den fernglas genau fernglas mit shift das ist bei mir standard gemäß shift bei mir ist es auch ein maus das zu belegen ne ok langer wort konische wörter da haben die hollinger natürlich immer wieder ein assault fleet gestartet und wollen eine neutrale stadt erobern da können wir eigentlich in dem start ist es spät noch nichts gegen machen ey du hast du hast mir ein großes lecker eingefahren dass ich jetzt nicht mehr stopfen kann hast du denn survival angemacht mach ich gleich ja solltest du direkt anmachen weil die pumpen auf wasser nur raus wenn survival an ist ich weiß ein rotes lecker hast du ne äh ich hab ein leck was mir oben gar nicht angezeigt wird das bedeutet meine seite hast du halt gut geschädigt dann macht fünf und ship repair wird die panzer unterbieren hab ich ja schon 37 hat der mann noch 33 trefft den mast einfach nicht irgendwie habe ich das gefühl die halten aber auch mehr als die zehn schüsse aus ja das ist eine fehlinformation kann vielleicht sein bei den größeren schiffen mit größeren oder besseren kanonen aber ich besitze ich besitze tatsächlich sogar ein großes schiff die dann hat zufällig gekriegt eine eine trader brick also eine handels eine handelsbrick genau ach ja ich habe übrigens überlegt wo ich eben weg war das kann npc gewesen sein handelsschiffe da das ja eine handelsbrick war handelsschiffe fliehen automatisch wenn sie angegriffen werden da sie ja kein nicht im konvoi sind und handelsschiffe sind nicht so stark bewaffnet also deswegen hat er auch vor an den seiten keine bewaffnung gehabt ich gehe stark davon aus dass der anton ein bot war ein npc auch kiel auch ich will was mitbekommen soll das mit der handelsbrick das wo wir die verfolgt haben ach so das ist ein mpc sein können das habe ich mitbekommen ja genau ich schätze oder hohe zu 90 prozent dass das vorsicht kollision ich weiche rechts aus weil ich mein video gesehen habe da haben die außen handelskater verfolgt dies auch automatisch geflohen und hatte sogar gar keine bewaffnung okay meine seite ist jetzt wirklich meine prozent können das auch langsam nicht mehr abkommt ich denke gucken ob ihn voll besiegen können dann ist es nämlich irrelevant versenken wir ihn einfach das problem ist dass wir wissen zu viel damage machen dann interne ich ihn jetzt ja ein tag dazu war natürlich du könntest ja versuchen zu entern seine kuh schon mal stark zu schwächen und dann komme ich ja falls du so lange noch lebt also ich denke langsam ich habe schätzungsweise 2 2 2 minuten gebe ich mir vor ich versenke obwohl kann ich nicht pullen aber obwohl ich direkt neben ihm steht hier ist ja noch eine mission in der nähe dann machen wir die nächste runde dann versenken wir deswegen die pumpen kommen da nämlich nicht mehr hinterher versuche ich gerade erst mal einzuholen damit ich überhaupt in an mir ran ziehen kann okay ich lasse die pumpen doch noch eingeschaltet aus dem grund die pumpen verhindern dass ich schnell bin aber das scheiß survival modus verhindert dass ich auch schneller schießen kann ich bin jetzt zur hälfte gleich gefühlt ich beschädigen trotzdem mal obwohl zwölf nur noch weil ich mich sonst gleich einklinken sind ja nur noch zwölf ich habe jetzt mein boot ist jetzt ich kann nicht disengagen in der zeit ich habe den voll besiegt vorerst in werden kann ich ja trotzdem das schiff erobern dann besiege ihn my friend werde es tun ja dann rette ich mich auf das andere boot sie von segel gehen wird man noch zum spiel sagen kann ist es halt ob wir hatten hat eine riesengroße net und es ist halt multiplayer reines multiplayer spieler sechs mann gegen nacht sehe ich jetzt nicht er desengaged nein doch er desengaged er zieht sich gerade zurück ich hab ihn ist abgehauen so sieht das menü aus sehr einfach gehalten er hat mir sehr schwerer wort war das spiel ist halt early access ist halt noch in der alpha sieht man oben rechts auch wo hat er den vierten mann denn her ist einer übergelaufen ich habe eigentlich gerade den vierten ab ich habe eingetötet ich habe noch ein bisschen zeit bevor mein schiff sinkt es ist einfach die konzentrieren sich halt das entwickler team davon konzentriert sich mehr auf das gameplay als wie jetzt benutzer oberfläche ist halt einfach gehalten so dass man damit zurechtkommt aber ist auch nicht gerade jetzt unbedingt schön gehalten das heißt schlicht gehalten aktuell zumindest noch das wird sich noch ändern wer genau das ist gesunken beim entern nee du hast ihn geändert ja ja meine ich bin doch ich bin hier noch am leben mal gucken ob ich das jetzt noch schaffe rechtzeitig das zu entern und dann zu lieben dass mein boot nicht gesunken ist so escape lief jetzt als geschafft es hat nichts dabei mein stadt und mein boot ist stark beschädigt ich kann das jetzt auch nicht mehr zum außen doch ich habe noch einen platz frei ich kann das noch reinschicken ab zum ich habe 1224 golden 30 ip bekommen ja ich habe 2000 durch die mission und 200 da ich nicht meine mission ist direkt da vorne ja lass mich jetzt mal jetzt gleich reparieren hallo aris du süßer karte meine front ist noch wieder in takt setzen führ uns einfach zu deiner mission und warte bis wir das ist ja es sind ja eine minute ungefähr das sind nicht mal 30 sekunden schon bist du da lass mich noch mein schiff konnte ich da konnte ich ja tatsächlich mein schiff noch kurz vor dem versinken wir sind jetzt in der offenen welt hier hier fahren wir natürlich auch schneller und diese diese zwei siebel die überkreuzt sind die zwei siebel schwerter da ist ein schlag wir sind jetzt ein bisschen entfernt wir könnten jetzt dazu kommen und ja wir sind schon da nein ich meine jetzt nicht gehe ich meinen hier da hinten die schlacht links da hinten ist zum beispiel ein einsamer spieler und es geht gleich in die nächste schlacht seit die schlacht nämlich dann noch mit auf und danach ist erstmal der erste part beendet so das ist jetzt so wie bei world of tanks männer timer das ist eine lynx ketten laden den können wir sehr schnell im platten machen ja der geht schnell da schade ich kann ich habe meinen das ding ist ja wie viel wert die links kommt drauf an 20.000 wenn du so ein auktionshaus verkaufst oder 3000 wenn du direkt verkaufst ist aber sinnvoller sie auseinander zu bauen für parts wenn du mich fragst ja bloß ich habe jetzt keinen platz mehr ich muss erstmal zurück dann die ist doch sowieso andere bombe ja ja kann bombe entscheiden ob er sie haben will oder ja wenn das nicht hinkriegt dann körper ich mir diesen ja ich habe jetzt vergessen zu wechseln egal mache ich es dann mit vier kann dann beschädigt ihnen erstmal seine 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 segeln mit rund kann kugeln haben am platz ist es gibt natürlich auch unterschiedliche kanonen habe ich ja noch gar nicht erwähnt ich bin zum beispiel mit der 6 von da lang die lang kann und davon wird dann gibt es noch medium und die karonaden gibt es noch genau und dann gibt es medium und die karonaden das sind so die ganz kurzen lang die lang kann nun sind halt sehr präzise und sind gut für fernkampf geeignet die haben halt davon ein tick längere nachladezeit medium zu haben schnellere nachladezeit haben halt medium range also reichweite und die kurzen haben nahkampf sehr hohen schaden und ich glaube laden auch am schnellsten nach oder würde ich so nicht sagen am schnellsten laden die mittleren nach wir haben auch die höchste damage pro sekunde aber die lang sind halt ganz sinnvoll wenn man präzise sachen beschädigen will also crew oder meister die mittleren sind reiner damage also im nahkampf direkt ab oder mittel streckenkampf mit voll geschossen schiff versenken und die karonaden sind halt so die monster im nahkampf vor allem wenn man sie mit den grapples lädt dieser schroteffekt ist bei karonaden gerade weil sie das doppelte kaliber von den standekanonen haben einfach viel größer naja ob man jetzt in 600 kanone drauf hat oder natürlich schon der karonade der unterschied ist nur der zwölf von der karonade ist vom modell her viel kleiner sie war in der realität halb so schwer wie eine karone aber es passen halt eben drei pfund mehr rein werde immer versuchen seine nase ab ist das hier im wind stehen ich nicht nicht mann ich wollte seine nase weg haben jetzt ist zu spät ich habe mich den zweiten zweites lag 1 ich bin noch am nachfahren erst mal meinen weg stoppen so ich bin nachgeladen versuchen wir mal auf dem mast zu schießen ein treffer der rest daneben so ich gehe mal wenn jetzt mein leck gleich dicht ist was jetzt der fall ist und die punkten das wasser aus mein schiff raus pumpen gehe ich auf segel und werde versuchen seine nase zu brechen so ein halbes segel damit ich auch noch gut wenden kann ich tue mal meine mein fokus wieder normal sind schon wieder gegen die jetzt mehr sieger 1 dann haben wir weniger mit widerstand jetzt wieder auf doch kommen wir im fahrscher der siege gegen den wind ja dann übrigens ganz gut wegen dem im hauptmast segel oben in der mitte das haben wir nicht muss mal darauf achten hast du das ist das doch wir haben das so was was noch mal den wind fängt ja wir können das aber nicht so weit drehen wie er bei uns das hängt zwischen zwei segeln drin er hat das frei er kann da viel weiter spielen sage ich kann das sogar mit drehen er kann den gegenwind nutzen wir nicht wir können gegenwind so bis 10 grad vorher nutzen danach ist vorbei aber er kann ihn voll nutzen jedes jedes schiff hat hat seine vor und nachteile dafür hat er weniger kanonen richtig sehr klein wir haben uns hier haben das basis schiff wir sind komplett ausgeglichen wer sind die live traktoren schiffen wenn man das mit volt of tanks vergleichen vorsicht weißt du rechts aus ja welche welche links aus perfekt habe jetzt keine keine lust noch mal vielleicht kriege ich jetzt eine nase die gut aus sie gut aus ich habe seine nase wie viele prozente hatte fährt sich das heißt ich latsche mal um dann hat bomb war sein zweites schiff theoretisch gesehen kann er das sogar wenn er will das sogar nutzt glaube nicht dass ja 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 er hat ja nur vier kann obwohl braucht man auch 60 60 hat er kann und nein doch guck mal hinterher kann er doch klappt haben haben wir auch das ist das ist glaube ich das wasser um das wasser was 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 ach doch ich fahr mal raus geht dass das ablaufen kann ja das weg ist höher das ist zu hoch das sind einfach nur ganz normale lupen ja einfach nicht da nehme ich lieber den drei ja also mit sechs kanonen hat ja da haben wir vier stück rausgenommen man darf ein schiff halt nicht nur nach der bewaffnung beurteilen ein kleines schnelles flinke schiff kann auch sehr gefährlich werden vor allem weil die links den links im gegensatz zu unserem schiff drei upgrade slots hat wir haben nur ein das macht auch so die kleinen schiffe machen die masse aus also wenn er jetzt mit einer massa ankommt hat zum beispiel ist eine brick oder eine flieger hatte vielleicht eine chance aber eine brick die hat da weniger chance kommt auf dem spieler auch ein bisschen an na spieler entdeck sie kommt wenn er jetzt ein guter spieler ist dann für trotzdem sagen wenn er jetzt 12 12 boot an tucker dann kann es auch noch passieren dass das machen wollen wenn die alle koordiniert auf den ziel geschießen so dass man eine friedung fähig ist ja das was wir jetzt machen cool cool schock bloß er ist halt wendiger der kann auch unsere schüsse ausweichen und er hat halt so sicher gucks das bin ich kleine segel ich gehe auf angeschwindigkeit ich werde mir mal mitgeben jetzt zu weit entfernt ist ich habe jetzt eingetötet aber ich für den nächsten angriff fahr ich mal näher ran so ich gehe mal auf schnelleres nachladen weil ich ganz ab davon hat man es nicht kollegieren schon wieder ich glaube jetzt haben wir aber den angriff gestartet nene wir haben von kamen die meldung dass seine flotte geformt haben jetzt haben die meldung dass die flotte die stadt am angreifen ist also 37 zu 8 sie geht wieder gegen wind natürlich auch ich könnte jetzt beginnen zu entern man hat aber mehr co oder nicht ja ja er hat doch noch 30 36 pilot schock bisschen a storm dabei hören dann passt das schon hier es gibt auch unwetter dieses spiel ich weiß jetzt nur nicht ob sie auch wirklich wenn man jetzt zum beispiel in so einen richtigen orkan reinkommen ich habe bis jetzt nur ein regen mitbekommen dass die säge dabei auch kaputt also er ist ja nicht bestätigen dass es geht geht nicht also ich habe ein sturm miterlebt also stürmische see windig vor allem starker wind und viel regen aber ich würde jetzt nicht sagen orkan und schaden habe ich da nicht erhalten aber ich kann kaum was treffen verständlicherweise ojo der tag wieder entern wollte dann sollte die langsam anfangen ich glaube bomber kann das mal übernehmen ja ich muss nur erst recht richtig drehen und rankommen leck habe ich nicht alles voller rauchen rock 6 ich habe mit kräften aber nicht verliert viel panzer und weil er so leicht gepanzert ist deswegen müssen wir langsam entern das ist ja das was ich meine der läuft nämlich schon voll er sieht das ja ich drehe ja gerade das gegenwind problem er kann nämlich der geht immer tiefer im tiefgang das ist so richtig ja ich stehe gerade ich muss gegen das wind kämpfen ich sehe noch mal kurz vorbei ich stehe hier sowieso der steht nämlich auch still mittlerweile kann nicht mehr wirklich vorwärts kommen je nach welten dann kriegt er jetzt gleich noch mal mit von mir wo war bestimmt geschwindigkeit daneben stehen ja also seine kuh habe ich sehr minimieren können jetzt auf 9 aber das ist wisst jetzt dreh dich wieder gegen das bild 6 ja ich könnte ihn jetzt entern er steht direkt neben mir ja ich komme nicht ran weil er gerade jetzt dann zieh ihn ran dass er nicht abhaut und dann dann sie nimmt gleich die vollen säge damit bombe anziehen kann so auf säge konzentrieren du kannst schon mal 9 drücken bombe du kannst da deine kuh schon mal aufladen er hat noch eine kuh ich habe ihn runter geschossen jetzt kannst du ihn holen sein tattori bomba du musst die geschwindigkeit drosten sonst kannst du dich nicht entern du darfst maximal mit der battle geschwindigkeit da ran fahren sonst funktioniert das nicht ja es ist er vorbeigefahren er kann nicht bremsen der andere ist du kriegst gleich ja es passiert ja natürlich passiert ja nichts weil du zu schnell warst du musst jetzt warten bis deine kuh bereit ist dafür dauert einen kleinen moment ich habe hier so manchmal einen kleinen airpärs an drücken äh drücke es passiert nicht und ich habe wasser im bruch das geht auch nur wenn das in der mitte steht dreh dich mal ein bisschen dreh dich mal ein bisschen mehr nach rechts dass du zu ihm stehst ich könnte ihn gleich das problem der andere schiff der ist so schnell der andere schiff ist so schnell kann ich drücken ich bin schon auf stopp ja wahrscheinlich war da ja jetzt könnte er ich der fällt gleich um ja wie hokos ja jetzt ist es vorbei ich drücke passiert nicht du drehst dich ja auch in der anderen richtung ach ne du drehst dich richtig schade haben die ja ja er hat mich verkalt glaube ich und ich habe Wassereinbruch äh ja 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 weg ist er er ist geflohen nein er ist gestorben weil er gesunken ist der ist doch geflohen wenn er sinkt wird er jetzt langsam untergehen der ist geflohen der ist einfach raus aus der schlacht ja der ist geflohen der ist verschwunden die spawnen der ist geflohen ja er ist geflohen er ist geflohen ja weil er das heißt system nicht nein nö ach du darfst kein Schiff körper ich habe Loot gefunden darf ich erst mal ein Leck stoppen schiss report ich habe powder monkey monkeys aber ich kann die ach das ist ein upgrade das ist ja geil canon reload time minus ein prozent ja schön doch Gott wieso geht das nicht in Karten ne kann ich das auch in den upgrade gleich reinpacken tatsache ne kann ich nicht ich habe ein item ein Schiff report ich habe ein Zettel ich muss vor ein Wasser auspuppen erst mal oder kann ich jetzt einfach so gehen du kannst leften war ja klar ich bin eben nein ich war auch ich bin auch Lambser gefahren das ist nicht das ich habe natürlich nichts gekriegt ihr kriegt items ich habe die Vereinheit gekriegt das ist nicht das letzte Gefecht was wir hier machen ja meine ich und der Nils ist direkt daneben meine andere die habe ich noch nicht gefunden so ich bin dafür dass wir diese Folge jetzt erstmal beenden und uns in der nächsten Folge wiedersehen wenn wir es wieder spielen höchstwahrscheinlich wieder mit denselben Personen dann bis zur nächsten Folge tschüss tschüss pliat pliat Untertitelung des ZDF, 2020